Hier war grad ein komisches Blick. Ja! Nein! Joop! Klaus! Hinter uns! Hinter uns! Da ist einer! Da ist einer! Nein! Bring ihn um! Bring ihn um! Ja, Logo! Das ist gut. Oh! Alter, Alter! Die sind doch schon wieder nicht ganz sauber, die Jungs da drüben. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Man sieht ihn wieder nicht. Aber er sieht uns. Vor allem hier. Ich gucke mit Scope. Ich sehe nur eine Matschbampe da drüben. Ja, ich sehe nur schwarz. Ja. Oh, ich muss erst mal was essen. Mal beim Hintenstash hier. Komm mal direkt zur Villa, oder? Direkt zur Villa. Du mal mit deiner Villa. Ich hätte mal Tankstelle vorne geguckt, oder so. Ja, Villa hinterm Zaun. Da kriege ich die doch nicht mit Kopf. Headshots weg. Da muss ich von oben reingucken. Ich würde Tankstelle wirklich versuchen. Und dann immer mal einen Blick zum zum E-Werk. Ob da Sniper draufstehen. Oh, das war was Großes. Das ist das E-Werk, glaube ich. Hä? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt, Klaus? Bei mir sind die Extraktionspunkte aufgegangen. Aber ich habe nicht alle. Und was ist denn das? Und wieso ist das dunkel jetzt? AutoCustoms. Ich habe Ritual im Prozess. Was für ein Ritual, sag ich mal. Was ist denn nun los? Ja. Moin. Ich sage es schon die ganze Zeit. Hä, wieso ist denn das jetzt hier schlagartig dunkel? Bei mir nicht. Hä? Wie, bei dir nicht? Nee, bei mir nicht. Guck mal deine Exits an. Oh, was ist das? Straße zum Zeugelände habe ich. Ja, alles andere ist rot, oder? Ja, ja, ja. Und unten steht was für ein Ritual. Warum ist das bei dir nicht dunkel? Bei mir ist das übelst. Nee, Ritual steht bei mir nicht. Dunkel? Ey, siehst du hier? Da ist ja auch ein Strahl am Himmel. Siehst du das? Guck mal Richtung Tankstelle. Hallo? Ja. Aber ich sehe doch nichts. Was? Bei mir ist es ja auch hell. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch alle zwei zusammen hier auf dem scheiß Zoo. Nee, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es bei dir im Stream. Und bei dir ist das nicht? Nein. Das verstehe ich nicht. Was ist denn das jetzt für ein Ritual? So ein Halloween Ritual oder so. Hm. Das haben die gerade draufgepatcht. Garantiert. Und was passiert da jetzt? Ich meine, sind da Bosse? Kriegen wir jetzt aufs Fressbrett ohne Ende oder? Ja, jetzt ist es bei mir auch dunkel. Ah. So eine Scheiße. Aber das Feuer sehe ich immer noch nicht. Halloween Event. Und Lexi, was macht das? Was kann das? Ist der Strahl denn noch da? Ja, ne, ne? Ja, ja, klar. Ich sehe den nicht. Gibt es doch nicht. Der ist voll vor der Tanke, Alter. Hier wird geschossen. Jo. Ich hau ab. Ey, vor allen Dingen alle zum Road to Customs, Alter. Das wird ein Gemetzel. Hast du in welche Richtung bist du gelaufen? Zum E-Werk, Klaus. Ich will mal gucken, ob hier die Sniper oben stehen. Jetzt läuft der Idiot weg, Alter. Ich bin links neben dir. Mhm. Also auf mich hat gerade ein M4 geschossen. Okay. Ich hocke mich mal hier ins Gebüsch. Und warte, bis dieser Trottel da oben wieder... Warte, bis dieser Trottel da oben wieder... Er war gerade da, weißt du. Jetzt kriegt er von der anderen Seite einen in die Fresse und weg ist er. Och, Mann. Ne, der ist links wieder. Links oben. Ah, sehr schön. Ja, er fällt doch... Nein, nein, der bleibt hängen. Aha. Das wird kein Headshot gewesen sein. Alter, was ist das für ein Kack-Event jetzt hier? Das kotzt mich schon wieder an. Ach nee, ich guck schon wieder beim falschen. Wieso guck ich mal beim fetten Brabohr, Mann? Hörst du, vor uns kommt, was? Okay, ich hab's. Aber ich finde die Quest nicht mehr. Das war doch Kunstgear. Ne, Spadour, das war hier von dem. Ja, noch zwei. Da war der, da war der Sniper, aber kein Headshot gewesen. Tja, muss ich... Warte, warte mal, warte mal hier. Ich gucke mal, ich riskiere mal. Das muss ein Headshot gewesen sein. Es wird ja immer dunkler, Alter. Ja, einen brauch ich noch. Oh, ey, ich seh gar nichts mehr. Ja, lass das abhauen. Komm, Klaus. Ah, es wird... Ah, es wird... Was ist denn da los, Junge? Was ist denn das? Alter, das ist ja übelster Horror hier. Und ich will nochmal zur Tanke hochgucken, Klaus. Äh, zur Bushaltestelle, meine ich. Ja, okay. Lohnt sich hier der Leiche zu schauen? Die können gute Events, äh, gute Idels haben. Ja, puh. Er schießt was auf mich. Auf dich auch, Klaus. Ist das euch das auf jeder Map so? Boah, gute Frage. Dann hab ich gern Bock mehr. Oh, hier unten am Ressort ist was los. Äh, am Cottage. Boah, Alter. Was war das? Wolltest du dich einschlagen? Ja. Ah. Das kam auch von einem Berg oder was weiß ich. Von dem Hügel, wo wir grad waren. Ach Gott, ich hau hier ab, Alter. Ich hab die Schnauze voll. Ich geh nochmal hoch in die Bushaltestelle und dann verpiss ich mich. Alter, du blickst... Du blickst nicht mal durch. Das ist zu viel für mich. Alter, was ist denn das? Hey, wieso wird denn hier überall geschossen? Und gefühlt auf... Auf uns doch, oder? Ja, klar. Davon ist auch einer. Das ist ein Steff, oder was? Hast du ne Granate geschmissen? Ja. Matze, ich bin oben am Zaun. Da sei ja gelobt. Du bist hinter mir, oder? Mhm. Hier war grad ein komisches Licht. Ja. Nein! Hier! Klaus! Hinter uns! Hinter uns! Da ist einer! Da ist einer! Nein! Bring ihn oben! Bring ihn oben! Ich kann nicht nachladen! Ich kann nicht... Wieso kann ich nicht nachladen? Hinter mir! Hinter mir! Ich bin hier draußen! Ich komm... Komm wieder zurück, Alter! Klaus! Ich seh nix! Komm raus aus der Scheiß! Danke! Ey, aus der Bushaltestelle! Ich bin noch bei dir! Ja! Läuft doch hinter mir! Nein, das bin ich! Nein! Er macht mich doch kalt! Was ist das für ein Arschloch? Ich kann nicht schießen! Wieso hab ich ne Fehlfunktion? Nein! Katze, wir müssen weg hier! Ich... Ah! Klaus! Schieß ihn doch dort! Ich kann doch... Ich kann doch nicht! Hast du... Aua! Was? So ein Vollidiot! Ich will raus! Aua! Er ist hinter mir! Au! Au, der haut dich! Ja! Ey, und einer schießt auf mich! Alter, ist das doch scheiße! Meine Waffe schießt nicht! Ja, meine auch nicht! Präparier sie schnell! Lauf ein Stück... Du musst die Mehlfunktion beheben! Ja, ich weiß! Was ist denn das für ein Typ? Schnell! Er kommt! Geh weiter! Geh weiter, Klaus! Ist er weit weg? Kann ich mal stehen bleiben? Präparieren! Ich seh den noch nicht mal, Matze! Ey, er kommt doch aufs nächste angerannt! Ich hau jetzt ab hier, Matze! Oh! Ich hab's! Es ist ein Spieler da vorne! Ne, es gibt's! Entschuldigung! Nein! Ich kann immer noch nicht schießen, Alter! Alter, willst du mich verarschen? Wieso kann ich denn nicht schießen, Junge? Alter, sind das Vollidioten! Ich renne jetzt weg! Klaus... Ach nee, wir können ja nicht mehr Streets raus! Äh... Lighthouse, meine ich! Ich komm, ich komm zu dir hoch! Boah! Ey, was ist das? Ich hab die Faxen dicke, Alter! Ey, vor allen Dingen, ich hab meine Fehlfunktion behoben! Es ist... Du kannst hier überhaupt nicht mehr schießen! Was ist denn das für eine asoziale Scheiße? Ich hab keinen Bock auf solche Scheiß-Events, Alter! Was soll ich denn hier? Soll ich die anspucken, oder was? Zählfunktion! Warte, wo bist denn du? Oh, meine Waffe geht wieder! Oh, er kommt immer noch! Warte, jetzt kriegt er's! Ne, das geht einfach nicht! Kannst einfach nicht schießen, Alter! Leck mich doch am Arsch! Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, Klaus! Ich lauf jetzt Richtung, ähm... Sniperfelsen! Am Ressort! Ey, dieser Vollassi ist immer noch hinter mir her! Ich kann nicht mehr, hol das Messer raus! Meinst du, ich soll in Messern? Der sieht nicht so aus! Ich hab noch nicht mein Messer mit! Das ist so eine Kackfest! Amgeo, grüß dich! Aua! Ach komm, Alter, mir reicht's jetzt! Ja, komm, ist gut! Komm her, du kriegst jetzt einen über Axt! Schlag ihn tot, Junge! Schlag ihn tot! So eine Scheiße! Was ist denn das für ein Mist, Junge! Nachtsichtgerät wäre hilfreich! Jetzt muss ich erstmal einen Chat lesen! Ich kann nicht mehr holen, dass das Messer raus ist! Es ist so sinnlos! Hast du auch... Ach, so eine Scheiße! Jetzt kann ich da nochmal rein! Klaus, lebst du noch? Mhm... Ich hab den Nahkampf... Genau, ich bin auf dem Weg zum Exit! Okay! Ich bin tot! Ich bin tot! Erschossen von der Scaf, oder was? Ich weiß es noch nicht! Ey, vor allen Dingen, ich wollte immer schießen, hab die Waffe repariert! Ja, Scaf! Ja, das war total irrsinnig! Da waren überall Scafs gestanden und gebannert! Aber das war total hirnrissig! Ja! 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 Ja!